Erlauben für alle Mitarbeiter! Feuer ein Prefation-Soptag! Warum ist denn meine Batterie so blöd? Die ist total leer, warum? Ich hab die, guck mal hier, ich hab die komplett geupdatet, warum geht die denn nicht? Aber sie funktioniert nicht, ich weiß es nicht. Und ich habe nichts, was ich essen kann, ich hab bis jetzt noch nie was zu essen gefunden, immer nur was zu trinken. Und das haben die übrigens geupdatet, damals musste man was essen. Aber meine Batterie geht trotzdem nicht nach oben, ich hab die doch schon geupdatet auf vollem Maximum fast. Witzig, aber es funktioniert nicht. Ich habe nicht diesen vollen Boost. Der ist bei mir nicht da. Ich verstehe es einfach nicht. Was muss ich denn machen? Dass der... Jetzt läuft der wieder rein. Die Sache ist, ich bin nicht leise beim Ruderspringen. Und trotz des Dimensionen erneut. Hm. Alles negativ, Sektor fühlt ab! Kontaktkontrolle! Das ist keine andauerahme Grant. Gut, du wrapst dich, das ist keine lösen! Oh! Hier wird der ges 비 eleven dazu penken. Aber beide crying! Achtung an alle Mitarbeiter! Das ist der Generalalarm! Der Fackler! Achtung! Wir haben einen spezifizierten Alarm! Nicht wiederholen! Wir haben einen Generalalarm! Kein Sichtkontakt! Werte der Falle! Alarm besteht noch! Wiederholen! Hey komm, schütt euch doch alle hier mit! Es ist doch nicht wahr, ey! Ich habe keinen Bock mehr, echt! Wo ist der Typ? Vor allem der Typ, der hat es halt einfach mal gehört! Wer sieht mich denn da? Ja, ist klar. Das habe ich seit letzter Zeit überall. In Tom Clancy, in Rainbow Six zumindest. Ja, ist klar. Ja, als ich da woanders runtergesprungen bin, hat es keine Sau interessiert. Jetzt laufe ich ganz normal nicht mehr besonders tief runter und auf einmal sofort alle da. Sofort alle da. Komm ey, geht doch alle arbeiten echt. Wer sieht mich denn da? Achtung an alle Mitarbeiter, das ist dein General Alarm. Weitens Hilfe aus, bitte warten. Habe verstanden. Ja, ey, komm, was ist das denn? Ich packe gleich Hexe aus, wenn ich da nicht durchkomme. Das ist Story-Modus, das ist der einfachste Modus. Und der ist nicht machbar. Was ist das? Oh, komm ey, was war das? Ich mach ja gleich aus, Alter. Das ist echt nervig. Das ist... Ich komm nicht mehr weiter. Ich kann auch nichts... Oh. Lauf doch mal da hin. Das hast du gehört, ne? Bist du eigentlich noch ganz... Achtung an alle Mitarbeiter. Wir haben kein General Alarm. Vektor sicher. Verstanden. Ja. Ja, ist okay. Leute, ich bin gleich so... Ich drück auf 4. Ähm, F2. Ja, das funktioniert anscheinend richtig super, merke ich hier. Schon krass, das funktioniert super. Das F2 drücken. Das ist so bescheuert, wie diese ganze Aktion der Scheiße da. Okay, das wurde einfach mal gar nicht gemerkt. Ach, das hat auf einmal... Ja, okay. Wie gut muss man denn damit treffen? Ist doch... Ist klar. Einheit! Bestanden, bin unterwegs! Achtung an alle Mitarbeiter! Das ist ein General Alarm! Oh, geht los! Roger! Gold, red, sober! Achtung! Wir haben einen unspezifizierten Alarm! Nicht wiederholen! Wir haben einen General Alarm! Ja, okay. Ja, komm, holt mich doch alle, komm. Das ist so hetzend, Alter. Äh. Wie kann man das auf so eine Taste legen, Alter? Sorry. Halt, stopp. B. Naja. Okay. Jetzt ist... Ja, warum? Ich hab gedacht, man kann das auch... Mittlere Maustaste. Okay, verstanden. Äh, auf... Ah! Aua. Äh, dann kann ich das auf mittlere Maustaste machen. F1 kann ich... Kann ich das auf eine andere B... Ja, okay. Dann mache ich das Auge auf F3. Da komme ich schneller hin. Ich hätte... Ja, ich hab halt die... Die Slots halt nicht mehr. Ziele bestätigen. Verstanden. Bestätige. Neutralisierte Einheit. Sie haben Einheit getötet. Achtung! An alle Mitarbeiter! Sie haben die Einheit getötet. Einheit verstört. Neu vor mir! Du hast mich nicht gesehen. Bubble nicht, Alter. Ja! Okay, woher weiß er? Wo stehe ich? Keine Munizung mehr. Okay. Wir haben immer noch Generalalarm. Achtung! Eindringlich! Wiederholen! Wir haben einen Eindringlich! Neu vor mir! Oh man, jetzt müssen wir wieder gucken wie er vorbeikommt, das ist doch scheiße. Ich benutze einfach das Geschütz, alles klar. Leute, das ist doch nicht machbar, ganz ehrlich. Kommt letzter Spielstand, neu laden. Okay, in Security komme ich ja sowieso nicht rein, komme ich hier übrigens jetzt rein. Ja, ich komme rein. Das ist zwar ein großes System, also muss ich das machen. WTF. Das schaffe ich nicht. Oh Leute, ich habe doch eigentlich ein Multitube, ne? Eigentlich könnte ich ja... Eigentlich könnte ich ja... Untertitelung des ZDF, 2020